Dankeschön So, ist das schön Immer diese freundlichen Nacht an mir Ach Mensch Ich bin hier gerade eingezogen Und die wollen mich gleich mal nett begrüßen Mit Blutkuchen Oder Tote Oma Dabei mag ich ja keine Blutwurst Eigentlich schon Blutwurst mit Kartoffelpüree und Spinat Lecker Richtig, deftig, heftig Okay, jetzt wollen wir mal hier gucken Da ist es, da ist was Gut Gibt es hier in ein Ecken Okay, das hat alles dann Sinn und Zweck Gut, machen wir mal Da auch Wenn Gott gewollt hätte, dass das nicht geöffnet wäre Dann hätte er mich nicht auf die Raumbasis gelassen Von hier aus kam ich Dann bin ich hier rüber Okay, System, System Bitte System Ähm Die Computers nicht zu betätigen Das ist einfach nur ein dunkler Raum Okay Da geht es nicht lang Also Hat das Ganze seinen Sinn und Zweck hier drüben Okay Ah, ich muss hier runter Gut So Ich kriege dich auf jeden Fall Blatt hier So 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 So, noch mehr irgendwie Gut, dann haben wir hier noch einige Kästchen Ich hoffe, ich vergesse keinen Gott Wenn ich hier fertig bin Bleibt nicht mehr viel übrig von der Raumbasis, wahr? Von hier aus kam ich Aber schön Also Es ist nicht viel Aber hier ist eine Toilette Warte mal Das Ding hat sein Sinn und Zweck Das ist da, um geöffnet zu werden Ein Wartungsschacht Die Frage ist, habe ich jetzt mal Ich merke mir diese Stelle Wir haben alle diesen Wartungsschacht Auch hier Ich schaue erstmal, ob ich das auch überall geöffnet habe Und nicht irgendwo vergessen habe Okay, ich habe das alle Ich habe das Nee, ich habe das doch nicht überall Hier Das ist jetzt nicht Da geht es nicht lang Geht ja nur hier lang Okay So Man ey Ich bin echt die Reinigungskraft von Haus hier Ey, wirklich Aber Aber Man stellt euch vor Man könnte so etwas wirklich machen Was ist das denn? Hm Ich habe mir vor Man könnte wirklich Auf dem Mond so eine Basis machen Realistisch ist es ja Ob jetzt noch die Mittel da sind Um das durchzusetzen Mann Die geht mir gerade auf die Nerven So Das ist eine andere Sache Aber Es ist möglich Man redet ja schon, dass man den Mars beziehen kann Also könnte Dass es möglich wäre Und solange es Männchen gibt Wie Elon Musk Gibt es nichts Was wir nicht können So Im Endeffekt So Machst du jetzt mal Boah Wenn wir es jetzt Nächster werde Hier wird ich jetzt Mehreren Einzelteilen sein Genau Mach mal Ähm Ja Aber wäre auch cool So eine Basis zu haben Gibt es hier eine Karte irgendwo Gibt es hier eine Karte irgendwo Okay Aber hier ist nichts weiter Also geht es da rum So Mann ey So Jo Noch mehr Aber ich muss jetzt mal hier schauen Dass ich hier auch alles traffe Ne Zum Beispiel wie hier Was ich hier auch nicht übersehe Ah Ist noch ein dunkler Raum Okay Bist man gerade tierisch auf die Eier gegangen So Dann haben wir das schon mal Dann sind wir von hier oben Dann gibt es noch den Weg hier Okay Einmal hier rein Lass mich erst mal schauen Bevor du jetzt mich begrüßt Hier Es gibt noch einen weiteren Wartungstunnel Der die Lamore mit der Luftschleuse verbindet Suche Boah Haben die aber keine einfachen Wege Die haben die dann erst endlich hier reinbekommen Wenn die alles über Wartungswege gemacht haben So Das Ding ist voll Keine Karte Irgendwo Gut Dann gehe ich mal hier hoch Und schau mal Aber hier ist nichts Auch nichts Also hier war ein Satz mit X Das war wohl nichts Da leuchtet es rot Das wird wohl auch nichts sein Gut Dann nehme ich mal die Waffe weg Damit ich mir sehen kann Der Gütte Bischippe ist eine Art Trick Nummer 1 Mann ist das kalt Ach Frau ist nach der ganzen Zeit Hier auf Fenster geöffnet Da kriegt man ein Frostbeut Äh Frostbeut in die Wall Oioioioioi Gut Hier muss irgendwo eine Möglichkeit sein Da Deine Untertitelung des ZDF für Bi테 Da Die Untertitelung des ZDF, 2020